hallo und willkommen zu einer neuen folge von star trek online und wir sind immer noch in der ikonianischen basis haben gerade erfahren dass ein ikonianer wohnen hier ist und wir müssen noch einen generator zerstören weiß das könnte lustig werden jetzt habe ich keine angst wieso jetzt gerade nicht reagiert okay irgendwas stimmt hier absolut nicht mit dem spiel hinten höre ich die schüsse ist echt komisch ach ja ist der tag online ist immer besser nicht na gut ich glaube nicht dass sie sich ihm alleine gegenstellen sollten haben sie mir jetzt so Die Krieg ist nicht gut für uns. Sie wissen alle, was wir haben. Unsere Menschen brauchen ein Symbol, um sie zu inspirieren. Das ist das, was ich kreiert habe. Diese Krieg wird einer von Legenden sein. Jeder Soldat des Empires wird diese Geschichte von Elbis haben. Brauchen Sie einen Märtyrer, um inspiriert zu werden? Travana, Belair, wollen Sie sich hier einmischen? Belair? Ein Disruptor und ein Iconian ist wie ein Stahlkopf mit einem Stich. Die Schwung der Kales ist eine unglaubliche Wege. Ich bin das einzige, das funktionieren könnte. Kales, wie ist Ihr Plan? Wir sind hier. Bekommst Ihre Mission. Ich werde zu dem höheren Level und die Iconian schlagen. Kämpf's gut, Herr Imperator. Wir werden Ihnen helfen so gut wir können. Wenn jemand einen Iconian kann, dann ist es Kales. Oh Gott, schnell weg. Ich werde nicht leiser. Och, ganz haftig. Hallo? Na endlich. Oh Gott. Ich habe schon erwähnt, dass die Klingonen überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, was alle an denen so toll finden. Ich weiß nicht, was alles vorbei ist. Oh Gott, ich habe dich gekommen. Ich habe mich für dich gekommen. Begebe mich, Kreatur. Ich versuche dich für ein honorer Wettbewerb. Komm, ich bin Kale, das Unbordbarbar. Ich bin der Moloch, der Defender von Konchi, der Emperor des Klingons. In meiner Hand ist die Worte von Kaelas, der erste Zeit. Willst du mich nicht, Ticket? Was könnte ein Mensch, wie dich selbst, haben Sie Angst von einem Land? Ich bin der Worte von Kaelas. Ich bin der Worte von Kaelas. Ja, wir sind drin. Wir töten hier erstmal ein Harbinger von Ticket. Wenn es dann klappt. Boah, nein. Steine Konstrukte hier. Schande auch noch. noch ein gender oh gott oh gott ich sehe gar nicht mehr durchverlaute effekten diese rote farbe von der umgebung war es doch nicht besser ich wollte doch ausbinden gott macht diese harbinger können wir erst mal den harbinger töten und hier rum da wässt wir kriegen hier nicht tot zunächst mehr alle fähigkeiten aktivieren die wir auch jetzt stirbt er langsam Gott sei dank ey meine Güte eine Seite die andere Seite das war's das war's das war's war's hat die 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 Du bist kein Gott, Herr Kastner, und deine Tyranie endet niemals. Jetzt, um zu Ende zu haben. Das Kampf ist nicht wahr. das war doch gestorben diese mission war aber kein vollständiger reinfall ich stimme zu, die allianz ist darauf angewiesen die ikonialer werden versuchen uns aufzuhalten lassen sie uns gehen das ging ja leicht betragedaten keine brachstuhl das ist ja bitte fest war endlich kommt noch aufschließen naja den natürlich dankeschön da ist noch einer und noch einer lacht schiff mach mal das da weg Wir haben uns hier erledigen lassen von ein paar Ikunianern. Aber wohl die IKS sieht nicht. Gerade gut aus. Die Daten wurden gesendet und es sind keine weiteren ikunianischen Patrouillen in Sicht. Auf ihren Befehl hin können wir das System verlassen. Tschüss. Gut, sollen wir das jetzt von da gesendet, wie wir das jetzt einfach so raus können? Sofort mit dem gesendet haben? Ein bisschen sinnlos, oder? Uh-huh. Ähm. Okay. Mester Verteidigung. Okay. Zeit in einer Flasche. Na gut, akzeptieren. Wir müssen uns bei der Drusanna Station treffen. Aber... Wir haben schon 15 Minuten hin. Theoretisch würde ich ja gerne 20 Minuten haben, aber da wir jetzt nicht mehr... Nichts mehr haben, mache ich jetzt das Ende. Weil die neue Mission jetzt anzufangen, das würde wieder zu lang nachher werden. Und ich will die Folge nicht mehr ganz so lang werden lassen. Zumindest nicht mit Absicht. Das passiert jetzt nochmal manchmal, aber hoffe nicht. Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Habt lang und befrieden.